Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute möchte ich dir den Ansichtmodus in Google Slides vorstellen. Wenn du keine neuen Tutorials mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Dort findest du auch viele weitere Videos zu Google Slides, aber natürlich auch zu Google Sheets und Google Docs. Und los geht's, wie immer, nach dem Intro. Viel Spaß! Mit dem neuen Ansichtmodus in Google Slides kannst du zwischen verschiedenen Ansichten hin und her springen. Und zwar zwischen Bearbeiten, Kommentieren und Dokumentenvorschau. Der Standardmodus ist normalerweise immer Bearbeiten, wenn es deine eigene Präsentation ist, also wenn du die erstellt hast. Und da kannst du dann ganz normal alles erstellen und bearbeiten, Folien erstellen. Wenn du auf ein Textfeld klickst, bekommst du alle Optionen, um den Text zu bearbeiten, etc. Das funktioniert dann relativ einfach und ist sozusagen der normale Modus oder auch der Standardmodus. Und wenn du diesen Modus ändern möchtest, gehst du einfach auf das Ansichtmenü und dann direkt der erste Punkt Modus. Und dort kannst du dann eben zwischen dem Bearbeiten, Kommentieren und Dokumentenvorschau-Modus auswählen. Wenn du jetzt zum Beispiel in den Kommentieren-Modus gehst, dann sehe ich immer noch meine Folien und alles. Aber ich kann nicht mehr bearbeiten. Also das heißt, ich kann hier nur noch, ich kann dieses Textfeld nicht mehr verschieben. Ich kann zwar zwischen den Folien hin und her springen, aber ich kann den Text nicht bearbeiten. Also ich kann hier klicken, wie ich möchte. Ich kann den Text nicht bearbeiten. Ich kann auch die Vortragsnotizen nicht bearbeiten oder sonstige Dinge. Ich kann nur zum Beispiel Text markieren oder wenn ich bei Bildern bin, auch ein Bild auswählen. Ich kann es aber nicht verschieben oder ändern. Ich kann lediglich das Ganze anklicken und dann einen Kommentar erstellen. Das kann ich hier oben im Schnellmenü unter dem Punkt Kommentar hinzufügen. Das habe ich immer zur Verfügung. Da kann ich draufklicken und dann kann ich hier einen Kommentar hinzufügen. Ja, zum Beispiel meinen Kommentar. Und dann kann ich eben aber auch noch zum Beispiel Text markieren. Ich gehe mal kurz auf eine andere Folie. Hier zum Beispiel das Kommentieren. Da kann ich dann einen Doppelklick auf den Text machen. Dann wird der ausgewählt oder ich wähle den ganz normal mit dem Cursor aus. Dann drücke ich STRG-ALT-M und dann füge ich eben über die Tastenkombination einen Kommentar ein. Da kann ich dann hier auch einen Kommentar schreiben und kann auf Kommentieren klicken. Und dann wird das Ganze hier eben auch angezeigt. Und in diesem Kommentarmodus kann ich eben nur Kommentare schreiben. Deswegen heißt der Kommentarmodus auch so. Wer hätte es gedacht? Und in der Dokumentenvorschau habe ich dann sozusagen nur eine Vorschau. Das heißt, in diesem Modus kann ich mir einzig und allein nur die Folien ansehen. Mehr geht nicht. Also ich kann hier auch immer noch Elemente auswählen, wie zum Beispiel das Textfeld oder auch das Bild etc. Aber wenn ich jetzt STRG-ALT-M drücke, kann ich keinen Kommentar mehr einfügen. Die Option ist auch hier oben in dem Schnellmenü weg. Ich kann hier auch keine Kommentare mehr auswählen. Und dafür ist dieser Ansichtmodus da. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine Präsentation habt und ihr wollt die auch einmal nur ansehen, ohne hier Dinge anzuklicken und die dann eventuell aus Versehen zu verschieben etc., dann könnt ihr in den Dokumentenvorschau gehen. Wenn ihr nur kommentieren möchtet, geht ihr einfach in den Kommentieren-Modus und könnt immer nur kommentieren und nichts eben noch verschieben oder bearbeiten. Das ist sehr hilfreich, wenn man dann eben mit mehreren Personen an einem Dokument arbeitet bzw. an einer Präsentation. Und den Ansichtmodus änderst du eben über das Ansichtmenü und den Punkt Modus. Und du kannst immer zwischen allen Modi hin- und herspringen, wenn dir die Präsentation gehört bzw. wenn du diese Präsentation erstellt hast. Das war es dann auch schon zu dem neuen Ansichtmodus in Google Slides. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Hast du eine Frage oder Vorschläge, schreib es gerne in die Kommentare. Like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Tutorials mehr verpasst. Jeden Dienstag und Donnerstag um 10 Uhr kommt ein neues Video online. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bleib gesund. Ciao. 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 Ciao.